ich weiß nicht aber es gefällt mir nicht ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller test strecken lassen ihr nehmt schlechte menschliche eigenschaften an und glaubt mir menschen haben nur eine gute eigenschaft warte mal ich will das mal bei dir machen wo war denn das jetzt hier wo äh da du hast mir in die mage wieder getreten nein ich glaube ja schon ansicht vergrößern mausrad oh ja jetzt ist das streberei oh guck mal wir sind ja oh ha ha du scheiße nice ja wohin jetzt da unten nee da ist zwei wo ist drei da oben da oben ok ähm warte mal da hast du ein sprungbrett warte guck mal da komm mal rüber kannst du mit dem wind da rauf da ja okay ich guck mir hier meine idee an nein wir machen das auch wieder anders über das obere naja ja genau hello my friend so ne reicht nicht schade verlasst euch nicht zu sehr darauf dass die remontageeinheit euch ununterbrochen zur verfügung steht sie ist nicht euer sklade hey haben wir denn bei zwei jetzt eigentlich alles durch ja ne japan okay wo bist du ich bin sicher ah ja okay okay mach ruhig ruhig ach oh gelauf mach gut mach gut mach gut mach gut mach gut okay nein Emil Ruhe ey 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 Ich will doch auch nur so einen coolen Hut haben. Kannst du das nicht irgendwie bei den Options vielleicht? Guck doch gleich mal nach, ob du auch so einen coolen Hut hast, will ich. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? Nö. Zu tödlich. Ach, zu tödlich. Menschen sind so lustig. Option, Controller, okay. Das kannst du wahrscheinlich ja dann nur... Ist wahrscheinlich irgendwie so ein... Also du kannst dich aufstatten, du kannst sogar, glaube ich, ganze Glieder dich individualisieren und so. Alles klar, dann gucke ich mal im Workshop, was man sich da so kaufen kann. Nein, hör auf zu Kauf, du Kescher, ey. Du siehst das doch sehr selber bei dir nicht. Oh, ich weiß, was du machst. Wenn ich das hier mache. Ey, lass mich arbeiten. Fetzt mich einfach an, ey. Puh. Alter, ja. Das hab ich gesehen, du. Oh. Warte. Geh weg. Ey. Ja. Und jetzt musst du dein Portal dahin setzen und dahin. Komm her, hier, da. Ja. Da hin. Geh da. Geh da. Ey, wie? Das war aber knapp. Ey, das wird immer schäbiger hier, ey. 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 Ähm. Okay. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich in, in der Flucht, also in der Sekunde, wo du hoch fliegst, wahrscheinlich. Warte. Achso, da oben ist so ein. Ah. Aber, ich hab keine Ahnung, was du sagst. Kein, kein Plan. Du? Moment. Ähm. Ja, doch. Spring. Ne, warte mal. Spring hoch. Achso. Nein. Ach, shit. Warte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Äh. Okay. Soll ich jetzt hier runter, oder? Gehen wir hier runter? I don't know. Kann ich da unten hin eins machen? Ne. Hier ist noch so ein Cube oder sowas. Du kannst nicht fliegen, ne? Weil du, ich glaub, du knallst dann gegen die Bahn, ne? Ja. Ja. Du knallst gegen die Bahn. Ist gut, B. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Hm. Okay. Wo hast du... Scheiße. Warte, ich komm noch einmal runter. Wo hast du das her? Da oben hast du das her. Okay. Mach mal dein Loch da weg. Okay, jetzt ist es ja meins. Ja, okay. Ich kann höchstenswert machen. Äh. 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 Warte, machen wir mal. Da ist noch ein Schalter. Machen wir mal. Machen wir mal den. Und den. Nein. Also. Ja, doch schon. Ich mach den so. Du machst, äh. Mach dein Portal mal da. Und da. So, und jetzt... Und jetzt fliegst du. Nein, äh. Warte. Das war zu... Ja gut, okay. Das mit den Portalen ist sowieso egal, weil da oben so ein Ding ist. Aber gut, jetzt... Jetzt setzt du sie halt nochmal an dieselben Stellen. Und da hin. Ja, und dann gehst du da durch. Warte. Oh, dann hauen wir den Schalter an, da. Da. Ball. Was noch immer der bringt. Weiß nicht. Dann geh mal da drüben hin. Ich glaub, da konnte man irgendwas machen. Ja, genau. Kannst du mir hochgeben? Äh, ich kann ihn dir hochgeben, ja. Ja, dann gib her. Moment. So, das seht... Aber wenn das so geht. Warte. Ja, warte. Ah. Du springst... Äh, warte, 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 warte. Äh, äh, ähm. Äh, ja. Ähm, geht mal da hin, bitte. Perfekt. Äh, wobei, warte, warte, setz, 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 skate mal nochmal weiter nach oben, bitte. Noch weiter nach oben? Ja, ja, noch weiter. Kannst du noch mehr? Okay, perfekt. Okay. Ah, okay. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich, äh, wollte. Weil da oben neutralisiert er sich ja wieder. Ja, ich wollte, äh, du verstehst aber, was ich vorhabe, ne? Mit den, mit den beiden, dass ich die eine wegmache, so, dass der Ball hochgeht und ich schnell genug da den hier mache. Oder wir machen das einfach andersrum. Du musst ja, damit der Ball da ist oder da bleibt, meinst du? Ja, genau. Ja, aber das Problem ist, wobei du ihn hochsteuernst, knallt er halt oben gegen die Decke. Ja, ich meine, guck mal noch weiter nach oben. Das ist ja noch die zweite Bahn. Da soll er ja gegenfliegen. Ach so. Das liegt ja oben gegen diese Bahn. Und noch die erste. Okay, okay. Probier das doch. Probier das doch. So, und du setzt das Ding hier drüben. Okay, dann schieß mal. Also, die beiden. Ja, ja. Warte. Ja, schieß. Den da oben links musst du schon setzen, sonst ist das... Ja, genau. Ja, der... Ja, so, ja, so. Ah, ja, jetzt sind es einfach... Okay, so. Ja? Und den, ja, und den anderen setzt du irgendwie... Weiß nicht, da oder... Ja, hier, da oder so. Ja, dann schieß. Ach so, den muss ich schon machen. Geht ja gar nicht. Ja, nein, den musst du machen, wenn der Ball fliegt. Also... Oh mein Gott. Ja, okay. Okay, probieren wir es. Ja. Go. Oh, mein. Okay. Okay, das ist echt knapp. Ja. Okay. Äh, okay, warte mal. Machen wir das... Ah ja, warte, warte. Das ist wieder viel einfacher. Ich mach das mit mir selber. Oder so. Ja, stimmt. Wir machen das mit dir selber. Oh. Zu früh? Äh, zu spät, meine ich? Äh, ja, etwas. Okay. Okay. Und ich bin drauf. Ah. Hä? Ach so, ich hab das eine Portal aus Versehen gelöst. Ne, du, deins. Deins da oben ist weg. Deswegen. Oh, oh, ja. Warte mal, welche hatte ich jetzt? Das Ding, ne? So und so? Oder was hatte ich? Ne. Ich hatte jetzt... Ne, ich muss, ich muss hier oben hin. Das Ding. Genau. Und das Ding hatte ich. Genau. Okay. Also müssen die immer wieder neu. Ja. Und go. Und Slam Dunk. Ich fahre nicht auf die Slam Dunk. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Tag. Nein, er meint rauchen. Nein, er meint. Ist das Ding? Nein, er meint. 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 Aber story-technisch noch irgendwie weitergeht? Ich hoffe, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Ha. Du hast gewonnen. Äh, okay. Setz mal höher. Lass uns nicht. Nein. Kannst du ihn? Warte, warte, warte. Äh, ja, entweder kenne ich mich jetzt oder nicht. Spring mal da drauf. Kann ich nicht. Warte mal, kann ich von hier vielleicht? Ich glaube nicht, warte. Äh, was passiert, wenn ich sterbe? Nichts, ne? Die Portale bleiben. Okay, du hast Portale gesetzt. Ja. Ja, dann, ja gut, dann sterb du. Ich soll sterben? Oh. Hä, Mann, wieso gehen meine Portale jetzt nicht wieder weg, ey? Wie kann man Portale detipolisieren? Hä, wieso kommst du da rauf und ich nicht? Achso, weil du es jetzt mehr da ran gesetzt hast. Okay. Beam! Ich hätte Portale setzen müssen. Das geht ja gar nicht. Doch! Da hinten, da kannst du an der Wand keins setzen. Achso. Aber, warte, aber du... Hä, was machen wir? Wollen wir jetzt fallen, oder was? Ja, natürlich. Lass mal abschecken. Was gibt's hier zu sehen? Da hinten ist eine weiße Wand. Okay, ähm... Da hinten ist eine weiße Wand. Dann mach du doch mal dein eines Portal dahin. Und jetzt gehen wir beide zurück und du machst da ein Portal hin. Genau. Sind wir hier? Ja. Ich warte schon mal hier drüben. Hä? Von der Wand kamen wir doch gerade, oder? Nee, von da kamen wir. Achso. Ja. Ja, ja. So. So. Beam. Mach mal da dein blaues hin. Und da oben irgendwie hin. Okay. Ein bisschen höher. Wir sind ein bisschen fetter. Nein, nein, nein. Das... Danke. Nice. Sehr gut gemacht. Ihr habt nur... ...zwei... ...mal in diesem Test versagt. Äh? Nicht, dass das wichtig wäre. Also Glückwunsch zur Bewältigung der Aufgabe. Vielleicht, weil du gestorben bist? Ich bin zweimal gestorben, du bist einmal gestorben. Achso. Ja, wahrscheinlich deswegen. Hallo. Hallo. Ich bin Babe. Hallo. Ich bin Tasa. Einmal Atlas und Paybody. Paybody. Wie Paybody klingt. Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Beam. Komm her. Okay. Äh... Ja. Genau. Sitzt im Portal. Ja. Machen wir so. Ey. Zurück. Wer? Du. Warum? Was passiert? Achso. Ball. Ja, Beam. Dann musst du dein... dein blaues Portal ein bisschen mehr rechts machen. Oder... oder so. Oder doch eher so? Warte. Lass mich erst zurück. Nee, du hättest ihn fallen können. Hätte ich nicht. Ich bin nicht unter der Maschine. Warte. Ah, warte. Das war zu schnell. Hä? Was hat der Scheiß denn? Hab ihn. Yay. Wohin? Zurück. Okay. Ich bin ja schon hier. Gut. Ähm... So, wo schießt der jetzt hin? Äh... Warte. Mach mal... Mach mal hier... Mach mal da drüben. Nee, nee, nee. Weißt du da oben? Nee, da oben. Alles gut. So, so muss er. Dann kommst... Hebst du mir mal den Ball? Dankeschön. Und dann gehst du den... den Stück... das Stück ein bisschen lang. Und dann dreh dich um. Da, oder was? Jupp. Da und hier vorne. Nein, ey! Da, ja. Ja. Ja, okay. Oder so. Huh, slam dunk. Okay. Endlich mal ein bisschen Natur in dieser Bruchbühle, ey. Oh nein, nicht schon wieder so'n Ding. Bim, ich wusste es. Ich wusste, dass du als erstes mal da rauf gehst. Oh. Ja, kommst du da oben hin, wenn du da trinkst? Nein. Hm. Ich dachte, mir ist es auch sowas. Hä? Warum sollte das so richtig sein? Achso. Also, also, sag mal so. So. Und dann sitzt du da. Und da. Ähm. Warte. So? Nee, hier. Ja. Gut. Äh, dann kannst du auch springen. Au. Aua. Haha. Au. Au. Und dann musst du das Gelbe nur ein bisschen höher setzen, hinter dir. Das Gelbe. Wo ist Gelb? Ach das. Also, ein bisschen höher setzen? Ja. So? Über den, über den roten. Achso, über den roten. Aha. Ja. Habt ihr. Habt ihr ja auch. Belohnung! Belohnung! Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Ha! Ich glaube, wir kriegen eine. Boah, ich war heute nochmal einkaufen, ne? Und es ist so teuer. Ich hab nur Salat und Obst und Gemüse gekauft. Ich hab heute ne Currywurst gegessen, ne Tomlis. Ich war noch nicht fertig. Ihr ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Ich hab ne Restaurante Salami Pizza gekauft. Ne, ganz dünne. Ui. Aber. Zu dumm. Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Okay. Was hab ich gemacht? Keine Ahnung. Äh. Okay. Okay. Ja, viel Spaß. Du musst jetzt dran. Aua. Du musst die Portale neu setzen. Aua. Aua. Willst du hin? Ich hätt oben. Ganz oben. Du musst die Portale neu setzen. Okay. Warte. Nice. Lauf. Lauf mich rein. Ja, und jetzt? Da war's, da drüben. Äh, könnte man sagen rot? Ja. Wow. Wow, beam. Ich bin fast wegen dir. Ich hab den Kopf gestopfen. Ich hab dir in den Kopf gestoßen. Oh, nicht schlecht. Ach. Äh. Well, wait. Äh, wir müssen immer wieder. Äh, ist doch Anfangsraum jetzt wieder, ne? Ne. Ne. Hä? Hä? Äh, ja, äh, GG. Achso. Ich, äh, kann man hier runter? Ich geh mal runter. Hä? Ja, äh, runterfallen ist nicht. Ne. Oh. Ähm, so, okay. Wie quatschst du? Äh, über Schiff. Ich kann nicht quatschen. Steuerung, alt. Ja, Steuerung. Aber, oh Gott, wie soll ich, warte, Steuerung und jetzt laufen. Äh, ja, frisch ab und runter, ne? Achso, cool. Und dann arbeiten wir wieder mit Rot? Ja. Dann hier. Oder? Ne. Doch. Irgendwie? Okay, doch nicht. Oh, shit! Warte. Wo ist das? Oh, da. So. Okay, dann gibt es das hier was? Nö. BIM! Ich bin da mal eben. Ich bin da tot. Euer Versagen generiert keine neuen Harten. Es verzählt nur das Unvermeidliche. Achso. Hä, der Exit ist da oben. Da oben. Über uns, da. Ja, da geh ich jetzt auch hin. Oder da wollten wir jetzt auch hin. Äh, äh, ähm. Oh, was hab ich denn gerade gesehen? Achso, da. Hast du blau hier hingesetzt? Oder wohin? Äh, blau ist oben, das Startportal. Achso. Äh, okay. Ist da oben irgendwas? Ne. Da. Warte. Hier. Kannst du das blaue... Kannst du von hier hinschießen? Ja? Achso. Ja. Ja, aber ich denke, du musst auch hier hin und dann... ... musst du das ausmachen. Ausmachen. Warte, wir müssen direkt da runterstehen. So, scheiße. Okay, probieren wir es. Das ist lila. Stamps. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Und du? Ripp. Okay. Wim, wo bist du? Oben. Aber klappt schon. Äh, hellblau. Gut, dann geh immer durch das. Und hier. Da, durch mein rotes. Glückwunsch. Euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Zeig mich mit nackten Finger auf. Komische Maschinen. Sie hielten ihn für undurchswerber, tödlich, grausam. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance. Ey. Und ihr es immer wieder versuchen könnt. Aua. Aber ich war gar nicht. Ich war schwanger. Mit deinem Kind. Mit deinem Kind. Mit deinem Kind. Du hast mein Kind abgedrehen. Ich mein unser Kind. Single Dad Forever. Ja, ich merk schon. Die ersten Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Hirnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante. Tödliche Schmiere. Okay. Die ist echt durch, die Alte. Geil, danke. Du musst, du musst hier noch, hier irgendwie irgendwas machen. Äh, was? Irgendwie, ja. Was muss ich denn da machen? Weiß ich nicht. Kannst du nicht, kann man hier irgendwas machen? Vielleicht. Ach, shit. Ach, shit. Ja, und nochmal. Warte, geh nochmal hier aufs Aufsprungbrett. Können wir was ausprobieren. Ach, Mist. Und dann muss ich das Gelbe setzen. Okay, nochmal. Oh, warte doch. B, was machst du? Hä? Achso, bist schon da. Okay. Ah, warte. Wo will ich jetzt? Ich bin hier. Okay. Okay. Komm, wir sind hier richtig. Irgendwie. Ne, wir brauchen den Strahl. Achso, wir brauchen den Strahl. Okay, warte. Oh, warte. Beam, du musst dein Portal ein bisschen besser setzen, ne? Irgendwie. Oh, nein. Nein. Ja, okay, lass doch. Ja, lass... Nein! Hör auf. Beam, stop it. Stop it. Oh, okay. Interessant. Warte, äh. Hallo. Kannst du mal auf, mich reinzulaufen? Was hätte alles eigentlich zu lecken? Hm. Ah. Hm. Hast du noch ein Portal? Ne, hast du ja nicht mehr, ne? Nope. Hm. Äh. Weil hier ist die Sprungfeder. Und irgendwie müssen wir... ...da rüberkommen. Ähm. Hau mal rot hier hin. Ja? Dann gehen wir durch. Da siehst du, da hinten, wenn du fliegst, eine weiße Wand. Ja. Hau da mal eins hin. Einfach irgendeins. Hab ich. Okay. Und dann können wir dadurch die... ...die Dings fortsetzen. Hier, die Wand. Okay. Das heißt... ...rot. Sicher? Okay. Okay. Dann können wir hier wieder runter? Ja. Wir müssen nämlich da hinten hin. Oh, gut. Alter, wegen dir bin ich fast abgestürzt. Ich hab dein Bildschirm doch im Blick. Aua. Das klang sehr schmerzhaft. Ja, und jetzt? Okay. Ähm. Warte mal. Ich komme. Irgendwie. Hi. So, jetzt hast du auch wieder beide Portale zur Verfügung. Ähm. Ähm. Schade. Ich hab keine gerade, ne? Ne, du hast gerade keine. Okay. Warte mal, nimm mal. Ne, das geht leider nicht. Ich bin bei dir aber. Äh. Da drüben möchte ich gerne hin. Ich bin auch gerade überlegen, wie wir das machen. Ich geh noch einmal zurück und guck mal, ob ich hier irgendwas anderes finde. Da oben irgendwas? Ne, leider nicht. Aber warte. Ist das ne Wand? Das sieht aber aus wie ne Wand, ich anschießen könnte. Ne, leider doch nicht. Äh. Ne, das geht nicht weiter tiefer, ne? Ne. Hülsen kann ich hier hinschießen, oder? Ne, ich mein hier bei mir. Ne. Dass ich da hochlaufen kann. Äh, hau mal da hin. Was denn jetzt? Äh. Eine, äh, die Wand. Die Wand, äh. Ja, warte mal. Ich glaube, du gehst aber drauf. Ja, ich geh hier und dann ist das. Wo war das? Hier unten hin? Da. Ne, da. Okay, warte mal, komm ich da irgendwie rauf? Okay, ne, das reicht aber trotzdem nicht, weil ich, wer hätte sonst, wäre sonst mal ganz hoch gekommen. Ne, hab ich auch schon überlegt. Hab ich tatsächlich auch schon überlegt. Hier ist ja nichts, da ist ja nichts. Wenn du da ganz recht stehst, kommst du da oben ran. Äh, wie meinst? Nee, kommst du nicht. Nee. Oder, 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 die Fläche, nee. Achso, nee. Nee, das würde mich töten. Wenn ich versuchen würde, zu sprengen, oder so. Ähm. Nee. Ähm, ähm, ähm. Hm. Warte mal. Pack doch rot da hin. Äh, kannst du nicht mal nur beim Sprungbrett einmal ein Portal setzen? Beim Sprungbrett. Okay. Warte. Wenn, wenn wir da durchgestallt werden, könnte es mich nicht vielleicht irgendwo anders dann hinbefördern? Warte, hier rüber. Nee, das würde dich rüber befördern. Äh. Ja, das, nee. Ich kann ja nur da, da, ich kann ja nicht da oben eins setzen. Nee, deswegen. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Äh, wenn du da durchgehst. Warte mal, komm mal. Warte. Komm mal zu mir. Und schießt ein anderes Portal dahin, das hellblaue. So, und wenn du jetzt durch das Ding springst, solltest du da rüben hinkommen. Hast du gesehen? So, ist bei dir irgendwas, womit du arbeiten könntest? Äh, ich hab halt eine Fläche zum rüberjumpen halt, aber... ...die Jumpfläche, ja. Ja, bei mir auch nicht, weil da oben ist, ist Finish. Da ist echt nichts, ne? Äh, okay. Ähm. Warte mal. Obwohl, nee, das geht nicht. Wie kann... Wie soll es denn so wieder hinkommen? Ach. Kannst du vielleicht so einen Streifen bilden? Wenn du hier hellblaue oder gelb hinsetzt? Wait. Wait. Und dann irgendwie, irgendwie da durch... Ich glaube nicht, ne? Fühl mich mal nach unten. Soll dich nach unten führen? Ja. Du führst mich jetzt nach unten. Okay. Also, dass ich wieder nach unten komme. Dahin? Also, erst mal, warte. Erst mal da rauf. Zu mir zurück. Und dann... Da kommst du wieder runter. So. Dann kommen wir her. Ich soll zu dir kommen? Okay. Ja. Ja? Äh. Viel Spaß mit dem Jumphead. Die Dame. Oh nein. Bitte. Soll ich ganz runterkommen? Ja. Oh shit. Viel Spaß damit. Ach so. Ach so. Ja. Stimmt. Warte, wenn du ein Portal setzen kannst. Ah. Okay. Ja. Du hast es geschafft. Wenn es alles noch aufregender wird, bat ich die Montageeinheit euch nicht neu zu montieren. Sie linke ab. Verständlich. Es wäre, als würde man mich bitten, mit dem Testen aufzuhören. Es wäre dennoch aufregend gewesen. Glados to bitch. She's a bad bitch. She shot. She took a DNA test. Turns out. She's 100% bad bitch. Even when she's crying. She's crazy. Oh mein Gott. Lasst uns jetzt das Brücken bauen üben. Brücken bauen. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse. Vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Brücken bauen, oh Gott. Ich kann ja so schon schlecht mit Menschen reden. Warte. Geh mal weg. Warte. Ich versuche es so seitlich wie möglich zu setzen. Warte mal. Dass man da irgendwie dann hier durchfährt. Warte. Aber irgendwie. Warte mal so. So und jetzt mal nochmal. Da. Dann komm ich da vielleicht. Tschüss. Ja tschüss. Ah. Ah. Nein. Wie du kann die da durchschieben. Was machst du hier. Chaos. Warte. Ich glaube ich weiß was du vorst. Ja ja. Nice. Nice. Wir verstehen uns. Haha. Aber warte. Wir müssen die drüben hoch rennen. Ah. Hast du noch die Brücke? Warte ich muss auch. Ja ja. Nee nee da. Hier vorne. Achso. Nice. Fink dein Arsch. Brücken bauen können wir. Das sind auch Deutsche. Hier zum Arsch. Oh shit. Oh shit. Die Italiener können da nicht. Äh. Ja. Ja ja. Warte. Oh shit. Einer muss. Wir müssen zurück. Siehst du wir haben oben diese Querbahn. Einer muss zurück. Warte. Nein. Nicht hier. Nicht hier. Tessa. Da. Hinter dir. Äh. Äh. Warte mal. Äh. Doch doch. Warte. Hier. Wir sind hier vor uns. Nee shit. Shit shit. Zurück. 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 Jetzt. Trotz der Schatten. Oh scheiße. Bimi ist ein Knopf. Jo. Ich aktiviere den und du setzt das Ding gleich wieder neu. Äh. Ja. Warte. Ja genau. So. Mach. Jo. Äh. Ja. Wo kam das Ding jetzt? Wohin? Ach das kam hinter dir. Shit. Okay. Das ist ja fies. Ah da. Okay. Ja ja. Versuchst du da mit dem Portal und ich versuche mich umzudrehen. Okay. Ich versuche dir dann nicht im Weg zu stehen, dass du dann bald fallen kannst. Jo. Nice. Teamplay. Okay. Äh. Aber irgendwo hin. Ja. Mach mal nichts kaputt. Okay. Ja. Gut. Auch diesen Test hatte vor euch noch niemand bewältigt. Sie lügt. Oh. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse diese Test liefert hat. Weil der vor auch immer nur einzelne Personen liefert hat. Mhm. Jetzt ist er nutzlos. Oh mein Gott. Welche wissenschaftliches Lieferung? Ja. Ich bin so klein. Das ist nie. Ich bin so klein. Ich bin so klein. Gut. Ich bin so klein. Und so klein. Ich bin so klein. Ich bin so klein. Aber man hat das aus. Vielen Dank.